Guten Abend miteinander, mein Name ist Stefan Bisecker, ich bin 23, wohne in Felben, ich bin Radprofi. Also ja, wir sind jetzt bei mir zu Hause, weil meine Hand ist leider in der Schiene, wie ihr seht. Von daher muss ich auch viel auf dem Indoor-Trainer trainieren oder Raumtraining machen, wie ihr auch im Video gesehen habt. Ich merke mich ganz herzlich bei Marcello an seine Gedanken. Wir arbeiten dort so über 12 Jahre zusammen, er hat mich vor klein Jahren unterstützt, er hat meinen Ratsport hinein gebraucht und ohne ihn wäre ich nicht da. Und ja, das bedeutet mir sehr viel, dass ich auch jetzt noch auf seine Ratschläge höre und er immer noch an meiner Seite mich treue. Alles klar.